In diesem Tutorial werden wir uns anhand einer Beispielaufgabe anschauen, wie man die Parallelität von Strecken mit Hilfe von Vektoren nachweisen kann. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass jeder von euch schon mal einen vektorierler Beweis gesehen hat. Allerdings gibt es bei der Beweisdurchführung verschiedene Vorgehensweisen und ich möchte hier kurz an dieser Stelle meine Vorgehensweise schrittweise erläutern. In erster Reihe wäre es natürlich wichtig, aus der Aufgabenstellung zu erkennen, was eigentlich bewiesen werden muss. Zweitens die gegebenen Voraussetzungen aufschreiben, das heißt einfach erkennen, was in der Aufgabenstellung gegeben ist. Natürlich ist die Reihenfolge bei den Schritten 1 und 2 auch vertauschbar. Unser dritter Schritt wäre die vektorielle Vereinfachung der Figur und das ist ein optionaler Schritt, hilft aber meistens bei der Beweisdurchführung. Im vierten Schritt folgt der Beweisdurchverwendung der Voraussetzungen und mit Hilfe von Linearkombinationen. Bevor wir gleich zu unserer Beispielaufgabe gehen, wäre es allerdings wichtig zu verstehen, wie man die Parallelität von Strecken mit Hilfe von Vektoren überhaupt nachweisen kann. Dafür schauen wir uns jetzt zwei Strecken an, einmal die Strecke AB und einmal die Strecke CD. Und diese zwei Strecken kann man dann vereinfacht gesehen auch durch zwei Vektoren beschreiben, hier mit rot dargestellt. Der erste Vektor bezeichne ich dann als Klein A, Vektor Klein A und der zweite Vektor als Vektor Klein B. Und wenn wir davon ausgehen, dass diese zwei Strecken AB und CD zueinander parallel sind, was eigentlich auch ganz gut anhand der Abbildung erkennbar ist, dann müssen die Vektoren A und B vielfacher sein oder collinear oder linear abhängig. Und ja, in diesem Zusammenhang sind diese drei Begriffe gleichwertig, weil jedes Lehrbuch die Sache ein bisschen anders bezeichnet, habe ich jetzt an dieser Stelle alle drei Begriffe erwähnt. Natürlich wäre es jetzt allerdings noch interessant zu wissen, wie man die Vielfaltheit oder Collinearität oder lineare Abhängigkeit von zwei Vektoren überhaupt nachweisen kann. Das ist ganz einfach. Also, der erste Vektor A multipliziert mit irgendeinem Faktor an dieser Stelle K muss den zweiten Vektor ergeben. Und dieser Faktor K wäre natürlich hier an dieser Stelle eine ganz normale Zahl, mit der man Vektor A multipliziert, sodass Vektor B rauskommt. Natürlich kann man das Ganze auch andersrum schreiben, deshalb ein Oder. Kleinvektor A kann auch gleich T mal Vektor B sein, wobei jetzt hier T dieser Faktor wäre. Grundsätzlich ist egal, wie ihr das Ganze hinschreibt. Hauptsache, ihr entscheidet euch für einer dieser beiden Ansätze. Und hier ist unsere Beispielaufgabe. Ich werde jetzt kurz die Aufgabenstellung überfliegen. Beweise, dass in einem Trapez ABCD die Mittellinie M1 M2 parallel zu den beiden Seiten AB und DC ist. Und dazu steht rechts dieser Trapez abgebildet. Ich würde an dieser Stelle vorschlagen, drückt kurz auf Pause, liest euch in Ruhe die Aufgabenstellung durch und versucht das Ganze auf dieser Figur zu beziehen. Bei der Lösung dieser Aufgabe werden wir uns genau an dieser vier Schritte halten, die wir am Anfang besprochen haben. Deshalb wäre der erste Schritt zu erkennen, was überhaupt zu beweisen ist. Dafür schauen wir uns nochmal ein bisschen genauer unsere Figur an. Wir wissen, dass dieser Viereck ein Trapez ist. Das bedeutet automatisch, dass die Strecken oder die Kanten AB und DC zueinander parallel sind. Wenn wir jetzt zeigen müssen, dass die Mittellinie M1 M2 zu beider dieser Kanten parallel ist, reicht es eigentlich, wenn wir zum Beispiel zeigen, dass M1 M2 nur zur AB parallel ist. Das impliziert dann automatisch auch die Tatsache, dass M1 M2 auch zu DC parallel ist. Und dafür werden wir uns wieder vereinfacht diese zwei Strecken M1 M2 und AB als Vektoren vorstellen und diese Vektoren müssen dann wieder vielfacher sein. Deshalb zu beweisen wäre zum Beispiel die Tatsache, dass der Vektor M1 M2 gleich K mal dem Vektor AB ist. Also mit diesem Ansatz, was wir auch vorher besprochen haben, können wir zeigen, dass die Vektoren vielfacher sind. Und dadurch natürlich auch die Parallelität dieser Strecken nachweisen. Der zweite Schritt wäre, einfach mal festzuhalten, was eigentlich hier alles gegeben ist in dieser Aufgabenstellung bzw. Figur. Naja, in erster Reihe so eine Nebensache, die eigentlich aus der Figur sowieso gut erkennbar ist. Die Tatsache, dass M1 M2 die Mittelpunkte der beiden Kanten AD und BC sind. Allerdings viel wichtiger wäre die Tatsache, dass AB und BC parallel sind. Wie bereits erwähnt, das ist eine Eigenschaft, die sich daraus ergibt, dass das Viereck ABCD eigentlich ein Trapez ist. Und wenn wir diese Tatsache wieder auf die Vielfachheit oder Kolinearität von Vektoren beziehen, dann können wir diese Parallelität auch wie folgt ausdrücken. Und zwar Vektor DC ist gleich T mal Vektor AB. Also DC ist ein Vielfaches von AB. Unser dritter Schritt wäre dann die Vektorielle Vereinfachung. Und auch bei dieser Figur macht sie durchaus Sinn. Eine Möglichkeit wäre dann zum Beispiel diesen Vektor AB als Vektor klein a zu bezeichnen und Vektor AD als klein b. Und das werde ich jetzt auch noch auf der linken Seite festhalten. Und zwar AB ist klein a und AD ist klein b. Und diese Vektorielle Vereinfachung hilft uns auch gleich, eine dieser gegebenen Sachen ein bisschen vereinfachter auszudrücken. Ich meine natürlich diesen Ansatz hier. Also statt Vektor DC ist gleich T mal Vektor AB können wir ausschreiben, dass Vektor DC das gleiche ist wie T mal klein a. Einen kleinen Hinweis noch an dieser Stelle bezüglich dieser vektoriellen Vereinfachung. Man kann bei dieser Figur natürlich auch mehrere Vektoren vereinfachen. Zum Beispiel, wir könnten auch Vektor DC als klein c bezeichnen und Vektor BC als klein d bezeichnen. Und das ist auch eine gängige Taktik, die man auch bei den alten Abiturprüfungen der Musterlösung sieht. Allerdings finde ich persönlich diese Taktik unnötig. Ich denke, das verkompliziert eigentlich nur die Sache, statt sie zu vereinfachen. Weil wir eine zweidimensionale Figur haben hier durch diesen Trapez, reicht eigentlich absolut aus, wenn man immer nur zwei Vektoren zur Vereinfachung der Figur benutzt. Alles andere wäre meiner Meinung nach nur unnötig. Im vierten und letzten Schritt kommt natürlich unser tatsächlicher Beweis. Und bevor wir eigentlich zu diesem Beweisdurchführung gehen, sollte man immer zuerst Linearkombinationen aufstellen. Und zwar in diesem Fall für die zwei Vektoren, die wir hier oben haben, M1, M2 und AB, die für die Beweisführung benötigt werden. Und diese Linearkombinationen müssen natürlich in Abhängigkeit von diesen zwei kleinen Vektoren, hier klein a und klein b, aufgestellt werden. Und dafür fangen wir natürlich mit dem einfacheren Teil an. Und zwar der Vektor AB. Naja, wie es hier schon steht, ist der Vektor AB eigentlich nichts anderes als klein a. Und damit ist die Sache eigentlich an dieser Stelle schon erledigt. Nicht so angenehm ist die Linearkombination für diesen Vektor M1, M2. Da haben wir deutlich mehr Arbeit zu erledigen. Und deshalb gehen wir die Sache ein bisschen ausführlicher an. Zur Erinnerung, bei dieser Linearkombination geht es darum, eine geschlossene Kette aufzustellen, mit der man praktisch diesen Vektor M1, M2 irgendwie darstellen kann. Also dafür starten wir hier in M1. Und unser Ziel ist hier in M2 anzukommen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir über den unteren Bereich dieses Trapezs oder über den oberen Bereich. Ich werde mich jetzt für den unteren Bereich entscheiden. Das heißt, in erster Reihe gehen wir von M1 zu A. Deshalb schreibe ich zuerst ausführlich hin. Vektor M1A plus, dann kommt hier unser Vektor AB. Ich ersetze ihn noch nicht mit klein a. Und dann käme noch der Vektor BM2. Und damit ist der Vektor zu geschlossen, sozusagen. Also am Ende haben wir noch BM2. So, mit den ersten zwei Vektoren haben wir keine großen Probleme, weil wir können sie sofort irgendwie in Abhängigkeit von klein b und Vektor klein a ausdrücken. Unser Hauptproblem ist eigentlich dieser Vektor BM2. Dieser Vektor ist die Hälfte des Vektors BC. Und das wäre eigentlich unser erster Ziel, dieser Vektor BC irgendwie in Abhängigkeit von a und b auszudrücken. Und damit es nicht so unübersichtlich wird, werde ich das hier an der Seite erstmal erledigen. Also, wir möchten erstmal diesen Vektor BC in Abhängigkeit von Vektor klein a und klein b ausdrücken. Dafür starten wir in b und unser Ziel ist natürlich BC. Das ist der Vektor BC. Gut. Von b aus können wir erstmal zu a gehen. Und von der Richtung her ist das genau minus a. Also minus Vektor klein a. Dann können wir natürlich von a zu d gehen. Und das wäre der Vektor klein b. Und der letzte Vektor, der hier noch notwendig ist, ist dieser Vektor DC. Vektor DC haben wir hier schon ausgedrückt als ein Vielfaches von klein a. Und das können wir hier natürlich an dieser Stelle nutzen, denn wir sagen plus t mal Vektor a. Gut, jetzt können wir praktisch diesen Vektor BM2 auf der linken Seite mit ein Halb BC ersetzen. Und ich hoffe, das ist für jeder von euch nachvollziehbar. Also BM2 ist die Hälfte des Vektors BC. Aus diesem Grund ergibt sich hier eine ausführliche Linearkombination. Trotzdem fangen wir an mit M1a. M1a wäre nichts anderes als minus ein Halb b. Also wir gehen in die Gegenrichtung des Vektors b. Und das ist genau die Hälfte. Deshalb minus ein Halb Vektor b. Dann kommt unser Vektor ab, was eigentlich für uns klein a ist. Und dann haben wir die Hälfte des Vektors BC. Und das ist dann plus ein Halb mal, und dann öffne ich eine Klammer und schreibe das hier hin, was wir für den Vektor BC rausbekommen haben. Also minus Vektor a plus Vektor b plus t mal Vektor a. Und das Einzige, was wir hier für diese Linearkombination auch machen können, ist die Klammern aufzulösen und so weit wie möglich zusammenzufassen. Und das machen wir jetzt auch hier an dieser Stelle. Also wir haben dann minus ein Halb Vektor b plus Vektor a. Dann minus ein Halb Vektor a, wenn wir hier die Klammer auflösen. Dann ein Halb mal Vektor b sind dann natürlich ein Halb Vektor b. Und am Ende haben wir noch ein Halb mal t mal Vektor a. Das sind dann ein Halb t mal Vektor a. Die gute Nachricht beim Zusammenfassen ist die Tatsache, dass minus ein Halb Vektor b plus ein Halb Vektor b verschwindet. Und einmal Vektor a minus ein Halb mal Vektor a zusammengefasst, werden dann nur ein Halb Vektor a plus unser Vektor am Ende ein Halb t mal Vektor a. Und damit hätten wir die zwei Linearkombinationen für die Vektoren m1, m2 und ab. Und jetzt sind wir fast am Ende. Ich habe hier nochmal eingeblendet, was bewiesen werden muss. Und natürlich die zwei Linearkombinationen, die wir gerade aufgestellt haben, mit dem Ziel, das oben zu beweisen. Und genau das machen wir. Wir nutzen diese Linearkombinationen, um zu zeigen, dass diese Aussage hier wahr ist. Also kurz gesagt, das ist wirklich im Faktor k existierend, so dass die zwei Vektoren linear abhängig oder vielfacher oder kolinear sind. Also damit meine ich, ich ersetze jetzt m1, m2 mit der Linearkombination, die hier links steht. Wir haben dann praktisch 1,5 mal Kleinvektor a plus 1,5 t mal Kleinvektor a soll das gleiche wie k mal ab sein. Also ab ist ja Kleinvektor a. Und wenn wir auf der linken Seite einen kleinen Trick anwenden und dieses Vektor a ausklammern, und zwar auf der rechten Seite am besten, dann können wir sagen, dass 1,5 plus 1,5 t mal Vektor a das gleiche ist wie k mal Vektor a. Und wenn wir hier an dieser Stelle die linke und die rechte Seite von diesem Ausdruck ein bisschen genauer anschauen, solltet ihr erkennen, dass für k tatsächlich eine gültige Zahl gibt, die es als Faktor definieren kann, und zwar genau der Ausdruck hier in der Klammer. Denkt daran, t ist auf jeden Fall ein gültiger Faktor oder eine Zahl, weil man geht schon bei den gegebenen Sachen davon aus, dass die Kanten a, b und d, c parallel zueinander sind und somit die Vektoren vielfacher sind. Also eigentlich damit haben wir schon bewiesen, das Vektor a auf beide Seiten lassen wir außer Acht. Es ist so, als wäre es gar nicht da, weil links und rechts das gleiche steht. Also, damit ist der Beweis eigentlich schon durchgeführt. Allerdings könnte man dann am Ende noch vollständigkeitshalber schlussfolgern, dass eigentlich k das gleiche ist wie 1,5 plus 1,5 t. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Für den Fall, dass ihr Schwierigkeiten hattet, bestimmte Begriffe hier in diesem Tutorial zuzuordnen, empfehle ich nochmal ein Grundlagenvideo zu vektorierler Beweise anzuschauen, um zum Beispiel Begriffe wie Linearkombination, Orthogonalität, Parallelität oder Kollinealität zu klären. Das und noch weitere Beispielaufgaben in Zusammenhang mit vektorierler Beweise findet ihr gleich im Abspann dieses Videos. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Und wenn euch das Video geholfen hat, vergisst nicht. Und wenn euch das Video geholfen hat, vergisst nicht. Und wenn euch das Video geholfen hat, vergisst nicht. Und wenn euch das Video geholfen hat, vergisst nicht. Und wenn euch das Video geholfen hat, vergisst nicht. Und wenn euch das Video geholfen hat, vergisst nicht. Und wenn euch das Video geholfen hat, vergisst nicht. Vielen Dank.